Achtung, Achtung an alle jungen Leute da draußen. Lust auf die perfekte Beziehung? Mit wem? Mit deinem Girokonto. Wir glauben, dass es super wichtig ist für deine Zukunft, alle Themen rund um dein Geld schon im jungen Alter im Griff zu haben. Denn beim Kontostand bringt ein Filter auch nichts. Und wir unterstützen dich dabei mit der jungen Maspa. Hier kannst du als Schülerin oder Schüler, Azubi oder Berufseinsteiger und auch als Studentin oder Student von vielen echt coolen Vorteilen profitieren. Okay, du fragst dich vielleicht, was genau haben wir denn da jetzt für tolle Angebote für dich? Naja, zum einen gibt es erstmal ein Girokonto mit einer kostenfreien Kontoführung bis 30 Jahre. Bezahlen ist absolut easy. Egal ob mit Smartphone oder mit der Smartwatch. Ganz einfach mit Apple Pay oder mit der App mobiles Bezahlen. Also einfach, unkompliziert und schnell. Das erste Mal kontaktlos bezahlen vergisst man nie. Du hast deinen persönlichen Ansprechpartner und gerade auch bei Fragen, die über Basics wie ein Girokonto hinausgehen und auch echt komplex werden können, stehen dir unsere Beraterinnen und Berater jederzeit zur Seite. Schon in frühen Jahren an deine Zukunft denken. Heutzutage auf jeden Fall extrem wichtig. Du entscheidest außerdem, wie deine Beratung erfolgen soll. Wir bieten dir digitale Kanäle mit persönlichem Kontakt. Also, kennenlernen im Internet und für die wichtigen Gespräche persönlich treffen. Übrigens, Online-Banking ist bei uns ab zwölf Jahren und mit Einverständnis deiner Eltern kostenfrei möglich. Du bist absolut flexibel, denn du kannst deutschlandweit an mehr als 22.000 Geldautomaten Auszahlungen vornehmen. Und jetzt kommt's. Für alle, die ein bisschen mehr wollen, wir bieten dir das NASBA Giro 18 Plus mit echt krassen Vorteilen. Wie zum Beispiel einem Ticketshop mit 10% Rabatt und ein Cashback-Shop, bei dem du bei über 1.000 Online-Shops einkaufen kannst. Wie zum Beispiel About You, Douglas oder Apple, bei dem du immer einen Teil zurückerstattet bekommst. Also kurz gesagt, hab Spaß und spart dabei. Was auch ziemlich cool ist, wir haben hier die MasterCard Gold inklusive Versicherung. Und die ist für dich im ersten Jahr kostenfrei. Und damit bist du perfekt für Reisen oder ein Auslandsjahr gerüstet. Du kannst übrigens auch jederzeit kostenlos und unkompliziert von einem Girokonto, von einer anderen Bank zur NASBA wechseln. Denn auch wenn man andere hat, wichtig ist es zu wissen, was das Besondere an deinem Girokonto ist. Für uns als NASBA sind Nachhaltigkeit, finanzielle Bildung und soziales Engagement besonders wichtig. Mehr Informationen zu all unseren Leistungen der Jungen NASBA findest du auf nasba.de, unter Privatkonten und dann einfach auf Jungen NASBA klicken. Oder informiere dich gerne in einem deiner Finanzcenter vor Ort. Nimm deine finanzielle Zukunft jetzt in die Hand und entdecke die Jungen NASBA. Mein Girokonto und ich läuft bei uns. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!